Die Weltwirtschaft wird durch unsichere Faktoren beeinflusst, das wären zum Beispiel die Zinserhöhungen, geopolitische Spannungen, aber auch Konjunkturschwäche, da müssen wir genauer drauf schauen und es gab genug Futter, in der letzten Woche haben sich die Notenbanker mit ihren Aussagen in Jackson Hole getroffen, das schauen wir uns an. Parallel dazu gab es die BRIC-Staaten, die möglicherweise ein Gegengewicht zum US-Dollar etablieren wollen, dann ganz wichtig, Taiwan unter militärischem Zwang, die Chinesen schicken Militär in die Richtung, wichtig für die Weltindustrie, wenn dort etwas eskaliert und zu guter Letzt, die Deutsche Bank äußert sich zur Prognose für Deutschland, sieht nicht gut aus, schauen wir uns jetzt genauer an. Heute ist Sonntag, der 27. August, viel Spaß dabei. Ja, wie ihr wisst, machen wir uns jede Woche ein sehr, sehr umfangreiches Bild, einmal vom Makro bis hin in die Detailanalyse. Diese Woche bin ich eingeladen zu einem Interview, das ihr eventuell auch sehen werdet und da werden wir ein Kurzupdate machen hier, weil es ist in der letzten Woche so viel passiert, was nicht nur in der Analyse für uns interessant ist, sondern wir wollen natürlich konkrete Ablagerungen, Ableitungen für unsere Vermögen, für unsere Depots hier aufbauen und genau da werde ich euch jetzt die wichtigsten Punkte zusammenfassen und wir beginnen mit einem Blick auf die Weltkarte. Das, was ihr hier seht, das sind die großen Machtblöcke und die Notenbanker der FED, die stehen für die USA und die EZB, die stehen für den europäischen Bereich, und die EZB-Chefin Christine Lagarde hat zusammen mit dem FED-Chef Jerome Powell in diesem Treffen klargemacht, dass sie eine etwas identische Botschaft haben, nämlich sie wollen die Märkte weiterhin auf Zinserhöhungen einstellen und die Wirtschaft könnte durch diese Zinserhöhungen gebremst werden und die Notenbanker sehen darin einen schwierigen Balanceakt und die Reden, die dort gehalten waren, sind im Prinzip etwas diffus, kann man sagen. Indirekt haben die Notenbanker sowohl der FED als auch der EZB auf dem Treffen eine neue Phase der Geldpolitik angekündigt und damit die alte Phase, in der sehr genau kommuniziert wurde, wie man in den kommenden Wochen bis hin zu Monaten agieren wird, abgeschlossen. Und jetzt werden da vagere, weniger konkrete Aussagen gemacht und zukünftige Zinsschritte von allen möglichen Parametern abhängig gemacht und man will sich damit natürlich Spielraum weiterhin eröffnen. Frau Lagarde sprach dabei betont, dass die Inflation noch nicht unter Kontrolle sei und wurde eben durch Jerome Powell auch eben bestätigt und man müsse einen restriktiven Kurs auf einem hohen Niveau halten, bis das mittelfristige Ziel von 2% erreicht sei und Powell verwies darauf, dass die US-Wirtschaft zuletzt stärker gewachsen sei, als von vielen erwartet wurde und auch der Arbeitsmarkt sei nach wie vor robust, also Worte, die wir immer wieder gehört haben und die Notenbanker sind bereit, die Zinsen gegebenenfalls weiterhin anzuheben, um genau diese Inflation, die jetzt schon wieder aufkeimt und der Basiseffekt auch bald verschwindet, zu bekämpfen. Und das erinnert schon so ein bisschen an die 70er Jahre, wo ja eine weitere Welle der Inflation auf uns zukam. Damals hat man genau das Gegenteil gemacht. Hier scheint man mit restriktiver Geldpolitik gegensteuern zu wollen. Und ja, was wird damit bezweckt? Die Notenbanker wollen die Euphorie an den Märkten beruhigen, den Aktienmärkten. Das heißt nichts anderes, als es wird Liquidität weiterhin entzogen, beziehungsweise die Bilanzen werden weiterhin verkürzt und man möchte das eben auch auf Kosten der Wirtschaft machen. Eigentlich auch angekündigt worden, man will das jetzt hier weiter durchsetzen und für uns Aktionäre ist das im Prinzip ein Zeichen. Vorsicht, es wird weiterhin zu Gegenwind kommen und wenn jetzt die Signale der Wirtschaft, die nicht wirklich eindeutig sind, sich auch noch weiterhin eintrüben wird, so die Notenbank zumindest Stand jetzt, tendenziell eher das Inflationsziel in den Vordergrund rücken und für uns Investoren kann das durchaus ein bisschen frustrierend sein, wenn man auf etwas gewettet hat, dass die sich eben doofisch wieder nach oben hin äußern. Das scheint nicht der Fall zu sein, es sei denn, irgendwo geht etwas zu Bruch. Ja, ich habe mir das Ganze dann genauer angeschaut und die Frau Lagarde betonte, dass die EZB die Zinssätze noch lange auf einem restriktiven Niveau halten müsse, bis die Inflation unter Kontrolle sei. Dies könne auch bedeuten, dass die EZB ihre Nettoankäufe von Vermögenswerten reduziert und sogar komplett einstellen wird und Paul sagte, dass die FED die Geldpolitik auf einem ebenfalls restriktiven Niveau belassen wolle und dies könne auch bedeuten, dass die FED ihre Bilanzsumme nicht mehr ausweitet und wenn man mal genauer drauf schaut, dann wird es wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass sie weiter das Ganze auch noch nach unten hin weiter durchreichen. Und da gibt es Korrelationen zum Aktienmarkt, die hatten wir in den letzten Monaten schon mehrfach gehabt, die eindeutig zeigen, dass zumindest gewisse Aktien dann stark unter Druck geraten. Ja, und für diejenigen, die dann nicht so mit vertraut sind, eine Reduzierung der Notenbankbilanzen, könnte die Inflation zwar bremsen, ja, da die Geldmenge in der Wirtschaft sich verringert, das hat was mit Kreditvergaben von den Banken zu tun, auf der anderen Seite kann das natürlich zu Problemen führen, das hatten wir schon, das war hier dieser Haken, den ihr hier seht, ja, da hat man die Bankbilanzen im Vorfeld auch verkürzt und was passierte, aus Anleihenproblemen wurden Bankprobleme, regionale Banken sind in Schieflage geraten und das ist ja nur die Spitze des Eisberges, da schlummert noch viel, viel mehr, was jetzt aktuell tatsächlich immer noch ein heißes Thema ist. Ja, und parallel zu genau diesen, ich sag mal, Problematiken der Weltwirtschaft hat sich die BRIC-Gruppe, hier mit dem Bild bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, getroffen und sie haben die Absicht, sich zu erweitern zu den potenziellen Mitgliedern, die dann zukünftig dazukommen sollen, BRIC+, wenn man so will, Argentinien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Algerien, Ägypten, Iran, Äthiopien, Bangladesch, also jede Menge Namen und ja, das führt zu einer gewissen Polarisierung und könnte durchaus zukünftig, wenn da tatsächlich der Handel unter diesen Ländern sich, ich sag mal, etabliert und dann vielleicht auch gewisse Verträge dann tatsächlich auf Papier sind, naja, zu einer neuen Weltordnung, zumindestens zu anderen Gleichgewichten führen und ja, vielleicht auch eben ein gewisses Gegengewicht zu den G7-Staaten bilden, die ja von den USA und wenn man so will auch von Europa dominiert werden und außerdem könnte das, wenn die eigenen Landeswährungen, in denen dann gehandelt wird, ob das mit einer eigenen Währung oder einer goldgedeckten neuen Währung passiert oder nicht, wenn dort in den Landeswährungen weiter gehandelt wird, führt das automatisch zu einer etwaigen Entdollarisierung, nenne ich das jetzt mal, also die Leitwährung wird erodiert. Ist das jetzt ein konkretes Problem? Naja, zurzeit sind es Spekulationen und die BRIC-Gruppe plant, sich zu erweitern und ja, die potenziellen Kandidaten habe ich ja genannt, alles jetzt keine Wirtschaftsmächte in dem Sinne, dass sie da direkt eine Konkurrenz sind. Auf der anderen Seite stärkt natürlich so etwas und man kann sagen, das ist mehr als eine Absprache, sie treffen sich immer hin, das machen sie nicht zum Spaß und was da so hinter verschlossenen Türen noch so abgesprochen wurde, kennen wir nicht und grundsätzlich kann man schon eine gewisse Tendenz für ein Gegengewicht, eine Entglobalisierung oder wenn man so will, vielleicht auch ein Trennen, eine Blockbildung durchaus erkennen und das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ja und der nächste Punkt, den ich mit etwas Sorge betrachte, muss ich wirklich sagen, ist der Bereich Taiwan. Ich habe euch das hier mal etwas vergrößert und grundsätzlich kann man sagen, die Aktienmärkte in Asien, Ozeanien und Umgebung sind in den letzten Wochen etwas schwächer gelaufen als unsere europäischen oder vielleicht auch die amerikanischen Märkte und was ist passiert? China verstärkt den Druck auf Taiwan mit militärischen und auch ersten wirtschaftlichen Mitteln. Taiwan, für diejenigen, die das nicht wissen, ist weltweit der Top-Hersteller für Halbleiter, insbesondere von hochmodernen Chips und diese Chips werden in Geräten verbaut, zum Beispiel Smartphones, Autos, Computer, aber eben auch medizinische Geräte und davon ist die Weltwirtschaft doch sehr, sehr abhängig und wenn Taiwans Chip-Industrie, naja, ausfällt, blockiert, sanktioniert oder irgendwelche Probleme auftreten, dann hat das einen direkten Auswirkungseffekt. Lieferkettenengpass als Stichwort auf die Weltwirtschaft, Weltrezession und ähnliches und da ist eben Taiwan gerade ein wirkliches Schwergewicht. Und wenn ein Angriff Chinas auf Taiwan passieren sollte und sei es auch nur Gerüchte, dann kann das starke Auswirkungen auf die Aktienkurse haben. Das sollte man jetzt zumindest ins Kalkül ziehen. Unser Risikomanagement wird da tatsächlich angebracht oder angepasst, denn Taiwan verwendet, ich sag mal, diese Chip-Industrie durchaus als Schutzschild gegen China, um eben dann da auch, ich sag mal, mit Politik zu treiben. Ja, vielleicht kann man dazu noch ein paar Worte zu Taiwan generell sagen. Hier seht ihr mal Taiwan Semiconductor. Taiwan produziert etwa 70% aller weltweiten Halbleiter, davon 92% modernste Chips und China versucht, seine eigene Chip-Industrie aufzubauen, ist da aber noch weit entfernt. Die Ausschussware ist noch viel zu groß, man ist noch lange nicht so weit, um da konkurrenzfähig zu sein. Wenn ich richtig mich informieren konnte, ist das im Prinzip in Amerika, vielleicht sogar in Europa genau dasselbe Problem. Man pumpt jetzt Milliarden in diesen Sektor, aber über Nacht lassen sich solche Dinge eben nicht aus dem Boden stampfen und damit bleibt eben die Abhängigkeit der Weltwirtschaft von Taiwans Chips und damit bleibt diese kleine Insel, die ihr hier seht, ein wichtiger strategischer Player. Ja, und vielleicht ein paar Fakten noch dazu, was ich aus der Presse entnehmen konnte. China hat in den letzten Tagen mehrere Militärmanöver in der Nähe von Taiwan durchgeführt und die Aktionen sind eine Reaktion auf den Besuch des taiwanesischen Vizepräsidenten in den USA. Zeitgleich hat man den Import von Mangos aus Taiwan verboten und man hofft jetzt, also China mit den Maßnahmen, die Wahlchancen dort der Politiker vor Ort zu schwächen und damit eben die Beziehung zwischen Taiwan und USA zu verschlechtern. Ob das wirklich klappt, also die Auswirkungen, auf jeden Fall werden Militärmanöver die Spannungen erhöhen. Das Importverbot trifft dann sozusagen die taiwanesische Landwirtschaft, also da wird es tatsächlich auch zu stärkeren Spannungen kommen. Man sieht, es passiert etwas, also man kann da nicht ganz weggucken und letztlich die Aktionen Chinas führen ja zu einer weiteren Eskalation dieses Konfliktes und vielleicht ist das genau das, was man auch will. Ein Stressfaktor, den, ich sag mal, eine etwas angekratzte Weltwirtschaft im jetzigen Moment sicherlich nicht brauchen kann. Ja, dann gehen wir jetzt von der, ich sag mal, globalen Lupe rein in die, ich sag mal, europäische-deutsche Lupe. Die Deutsche Bank hat ihre Prognose für die deutsche Konjunktur im Jahr 2023 auf ein Minus gesetzt. Aktuell sind es minus 0,5% und ist auch für das nächste Jahr pessimistisch. Damit ist laut der Deutschen Bank Deutschland das einzige große Industrieland, mit dem die Wirtschaftsleistung voraussichtlich in den nächsten Monaten weiter schrumpfen wird. Ich mache da mal ein großes Fragezeichen dran. Ich habe ja die anderen Themen bewusst da vorgestellt. Ja, wenn der Motor in Deutschland stockt, dann hat aber in der Regel nicht nur Deutschland ein Problem, sondern das ist nur eine Vorindikation und ich habe mir das Ganze mal genauer angeschaut. Die Deutsche Bank begründet ihre Prognose mit den schlechten Zahlen aus der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal. Da war das ja plus minus 0 und man rechnet, dass das Bruttoinlandsprodukt nicht nur stagniert, sondern auch in Zukunft abkippt und abhängig ist gerade vom privaten Konsum. Das ist ja ein Inflationsthema und man geht jetzt aktuell davon aus, dass im dritten Quartal das Bruttoinlandsprodukt wieder zurückgeht, um 0,3% schrumpfen wird. Damit hätten wir wieder das Thema Rezession da drauf. Und wenn der Notanker der Konsum sein soll, dann wäre das im Prinzip, ich sage mal, eine dünne Schnur. Und der ein oder andere wird dann sagen, naja, die Exporte, die können uns da eventuell retten, die wurden explizit nicht als Unterstützung gesehen, die wurden herausgestrichen. Man sieht nicht, dass das Ganze sich durch Exporte wieder stabilisiert. Die Auswirkungen sind klar. Eine Senkung der Prognose ist damit ein weiterer, ich sage mal, offizieller Hinweis darauf, dass die deutsche Konjunktur sich in einer schwierigen Lage befindet. Man hat es ja bisher immer versucht, schönzureden oder sich rauszureden. Und ja, wir wissen, es ist anders, aber wenn die offiziellen Quellen immer weiter auch umkippen müssen, umschwenken, dann wird das zukünftig weitere, ich sage mal, Investitionen ableiten, abhalten oder umlenken. Und das hat natürlich dann auch wieder Auswirkungen auf Deutschland, speziell auch Europa. Und wir sehen hier jetzt eben auch weiter Potenzial für Short-Kandidaten. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal zum Abschluss auf unsere Investitionspyramide mit den verschiedenen Handelssystemen, die wir haben und wie wir die ganze Gesamtsituation sehen. Aktuell sind wir ausgewogen investiert, wobei man etwas einschränken muss in der spekulativen Spitze. Deswegen habe ich das etwas eingefärbt, haben wir fast zu 90% Cash und sind auf der Lauer. Hier in dem unteren Bereich sind wir plus, minus, short, long ausgeglichen investiert, haben damit eine Quote von 30% unseres Gesamtvermögens. Der Rest liegt im Fundament. Im Fundament haben wir uns auch Cashbestände aufgebaut und uns auf konservative Aktien fokussiert und spezialisiert. Wie sieht das in der Grafik aus? Ich kann an der Stelle nochmal betonen, wir sind nach wie vor krisenfest eingestellt. Wir haben unsere Gewinnpositionen an den Hochs verkauft und haben Cashbestände und zwar seit langer Zeit auf sehr, sehr hohem Niveau eingerichtet. Ich kann mich jetzt gerade spontan gar nicht mal daran erinnern, wann wir so viele Cashbestände in der Hinterhand hatten. Wie sieht das aus? Gerade in der Spitze der Pyramide, das sind alle Derivate und spekulativen Positionen, haben wir fast 100% Cash. Ich sage mal 90%. Wir haben nur noch systematische restlaufende Trades. Habe ich in allen Handelssystemen besprochen. In den Beimischungen haben wir aktuell auch viel Cash. Da machen wir es so, dass wir Long- und Short-Positionen gleich gewichten. Wir haben aktuell noch ein leichtes Long-Überhang-Gewicht, aber wir werden jetzt die Short-Quote erhöhen und damit sozusagen weiterhin bis in den ausgewogenen Bereich Short-Positionierungen machen. Sollten die Märkte, ich sage mal, ins Rutschen geraten, werde ich kurzfristig entsprechend die Short-Quote hochreißen. Und im unteren Bereich, da sind wir weiterhin investiert. Das sind Investitionen, die wir auch durch die Krise, die haben wir auch durch Corona, durch die Finanzkrise gehalten. Wir haben Aktien teilweise aus den 90er Jahren, die verkaufen wir nicht. Hier kann man sich überlegen, ob man eine gewisse Short-Positionierung als Hedge verwenden will, um hier etwas Ruhe reinzubringen. Auf der anderen Seite haben wir uns für Cash-Bestände entschieden und werden die Aktien, wir haben gerade hier die Tech-Werte reduziert, in solchen stark schwankenden Märkten zukünftig dann wieder zurückkaufen und haben die Konservativen im Depot belassen, die in der Regel in kritischen Marktphasen auch nicht großartig eine auf die Mütze bekommen oder wenn, dann relativ schnell sich wieder erholen. Damit habe ich euch ein sehr, sehr genaues Bild davon gemacht, wie wir uns gerade positioniert haben. Ich habe es versucht, mit den Gründen zu begründen im Vorfeld. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich konnte euch da die richtigen Impulse geben. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Restwochenende, einen guten Start in die nächste Handelswoche und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!